Am Samstag fand das Amateur-Casting für die diesjährigen Krabat-Festspiele auf dem Mühlenhof in Schwarzkolm statt. Alte und neue Gesichter konnten vorbeikommen und ihr Können zeigen. In der fünften Auflage, die Krabat auf den Kreuzweg des Schicksals führen wird, sollen neue Effekte und esorbische Elemente zum Einsatz kommen. Einfacher wird das die Proben sicherlich nicht machen, umso spannender und aufregender jedoch schon. Bis zur Premiere sind nämlich nur noch acht Wochen Zeit. Alle 15 Vorstellungen sind übrigens restlos ausverkauft.